Jetzt kommen wir ab. Jawohl. Hallo VR-Gamer, ich bin die Lorin787 und ich bin in Vader Immortal Episode 2. Ja Leute, seit gestern ist es draußen. Ich habe schon ein bisschen reingeschnuppert. Wir wählen Kapitel 1. Wunderbar, das passt. Und legen direkt los. Episode 1 war schon sehr geil. War ein bisschen kurz, aber dafür sehr intensiv und hat richtig Spaß gemacht. Umso mehr freue ich mich jetzt auf Episode 2. Darkness. The Bright Star is hidden beneath us, somewhere within Lady Korvax's Sanctum. Vader has the only key, but he needs a descendant of the ladies to wield it. Korvax? That creepy guy said you're a descendant of Lady Korvax. Is that what Violet meant about your bloodline? You will be able to unlock Lady Korvax's Sanctum. What you seek is finally within your grasp. I will not be denied. You will help seize the Bright Star. I sense a latent force ability within you. Follow me and I will instruct you in its ways. You will need the force, if you are to survive the path ahead. Okay, then follow him. Grafik ist natürlich einsame Spitze in diesem Game. Auch wenn es nur kurz ist, es lohnt sich definitiv. Lady Korvax herself, your ancestor. Like you, she was force-sensitive, but she was weak. Crippled by sentiment. Take heed, you don't make the same mistake. Gib halt an. Kann ich auch. Lady Korvax's devices could only be controlled by her or her descendants. Your blood makes you powerful, but you will need to learn the ways of the force. Your training begins now. Ich hab's schon, ich merks. Ich merks. Geht sehr geil. Ich war zu schnell. Und das zweite. Schaut sehr, sehr gut aus. Okay, ich folge dich. Oh mein Gott, ich soll mich verteidigen. Habe ich schon gemacht. Ich bin dazu vorgekommen. Ich bin ein guter Schüler. Der nächste Stein. Jetzt mal mit links. Okay, wir fahren das Training später fort. Hallo. Ich bin ein guter Schüler, ich bin ein guter Schüler. Ich bin ein guter Schüler. Ich bin in der Fall in der Battle. Desperate zu retten, ich habe eine Maschine für die Bright Star gegründet. Der Musstapher ist eine Lebens-Gülle-Kristall. Die Maschine hat eine Schreckliche Destruction gegründet. Musstapher und alle, die hier leben, verabschieden für meine Transzettungen. Du, mein Descendant, kannst du eine Chance für das, was ich wot. Ich habe die Bright Star gegründet. Das schaut doch richtig nice aus, Leute. Hey, wer seid ihr denn? Und jetzt? Ich komme her, du kleiner... Hässlicher. Keine Ahnung, was du bist. Da kommen noch mehr. Bin ich gut oder bin ich gut? Das kommt nicht zu mir. Jetzt kommt es zu mir. Oh, oh. Oh, oh. Alpisch. Entfernen. Oh, oh, oh. Diese Zwischensequenzen schauen auch richtig cool aus. Hey, hey. Ich komme jetzt zu mir. Oh, oh. Das ist so cool aus. Gib mir mal eine Handchen. Oh, da geht's lang. Oh, wir können jetzt Climpen. Sehr nice. Das funktioniert halt auch alles einfach nur perfekt. Oh, oh, oh. Nochmal. Okay. Wir müssen drüber. Schnell. Der kommt schon wieder. Weg mit deiner fetten Hand. Oh no. Der war voll gegen die Wand. Na, hast du schon genug? Ups. Okay, geht. Hey, ich habe es durchgeschmissen. Wir sollen hier schon gehen. Der ist hier drüben bin ich. Ja. Over here! I can't believe it, Captain. You're alive. Woah! There's a giant... uh... creature? Woah! I can't help you too, I don't have anything here. I can't do anything, I don't have a laser sword, nothing. But he doesn't hold a lot out of his friend. I'm coming! Okay, you gotta catch me up here, cause... I don't understand why you never mentioned that you had the force. I knew it! The moment I saw you with Vader, I knew you were special. You can summon the life current. I'm not gonna lie, Captain. I thought for sure you were toast. Oh, and check this out! Violet let me keep his toad up. He deputized me. Which technically means I sorta outrank you. Sorry, Bud. You're a bit nervous, colleague. We are closer to the bright star than ever. Lord Corvax's tomb is near. I can show you the way, but... We have to move quickly. Vader must not get to the crypt before we do. Ugh, everything's hurry, hurry with this guy. Hurry, hurry. Slow down to hunt for Luke. Go, go, go. I just seen a ton. Let's go, go. I'd like to bring with me. I'll do what you do. You're gonna go, go. Let's go, I'll do what you do. Ich habe die Macht, ganz vergessen. Ich muss mal wieder ein bisschen ausrichten hier. Kein Problem Leute, ich beschütze euch. Kann ich das aufheben? Nee. Da kann ich wieder einer. Direkt auf den anderen. Oh. Noch einer. Wir wollen alle sterben. Was ist schon alles? War das schon alles? Wir wollen alle sterben. Die Tür muss ausgehen. Die Tür muss ausgehen. Der hält doch etwas mehr aus. Das war's schon. Okay, übertreib's halt. Erst verstecken und dann den Dicken raushängen lassen. Okay, weiter geht's, komm, auf geht's. Okay, keiner sagt was. Ich kann's nicht benutzen. Doch, kann ich. Das war's schon. Das war's. Lady Korvax used these stones to power her technology. Nice. Probably worth something. Seriously? You are unbelievable. Oh, da geht's ganz schön weiter runter. Ich finde nicht so, dass ich Höhenangst habe. Lady Korvax created the Eon engine to channel the bright stars energy. Now the destruction it unleashed, reduced our planet to a wasteland. As long as outsiders desire the bright stars power, Mustafar will never be free. Oh. Noch höher. Jetzt ist endetern. Oh mein Gott. Flach! Oh, da geht's dir. Oh Gott. Oh, das ist doch nicht. Die Gehebrüchte. Das creators war eine eine Katze? Oh, das ist doch so. Oh, das ist doch nicht. Oh, das Event ist doch so. Oh, das ist doch nicht. Wunderbar zu sein Okay. Ah, Sesam öffne dich. Die lassen mich hier einfach alleine. Ja, ja. Ich mach das schon. Tu schon wieder. Ich kenn dich. Ich mach's noch nicht. Ich mach das. Das fühlt sich einfach nur geil an, Leute. Und nun? Kann ich dahinter gehen noch? Ich mach's noch nicht. Ich mach's noch nicht. Oh no. Ich muss kämpfen. Puh. Ich hab schon ganz vergessen. Bin mir hier blockt. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Wow. Autsch. er hat mich schon wieder getroffen das war jetzt aber mehr glück als verstand hier noch mal zwei drei sogar kommt naja einer nach den andern jetzt kommt er sehr geil wie es raucht auf hey da warten schon meine freunde hier vielleicht ist das ein hier hier Nein, kein Problem. Ich kann nicht mehr. Und du bist willkommen. Und by the way, once we get our ship back, let's get Adal off this hellscape. Alles klar. Ja, we better get going. Bye.